Ich darf herzlich Arie Schalika begrüßen. Herr Schalika, Sie sind Politologe und Schriftsteller, aber jetzt auch bekannt. Sie sind Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte der Reserve. Herzlich willkommen und danke für die Zeit, die Sie sich nehmen für dieses Interview. Meine erste Frage, einen Krieg, der gerade in Gaza geführt wird, sollte man immer vom Ende her denken. Wie schauen die Szenarien nach einem möglichen Waffenstillstand in Gaza aus? Also zuerst einmal, der Krieg wird auch in Israel geführt, weil Israel nach wie vor beschossen wird und nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Libanon und anderen Bereichen. Und die Szenarien nach dem Krieg, die Frage ist, was heißt nach dem Krieg? Weil was der Nahe Osten in der Regel gibt, ist nach dem Krieg, ist vor dem Krieg. Und so ist klar, dass auch nach diesem Krieg irgendwann eventuell es wieder losgehen könnte, wenn nicht losgehen wird. Und so müssen wir natürlich mit Blick in die Zukunft gucken, wie die nächsten Tage, Wochen, Monate sich die Dinge entwickeln werden. Insbesondere im Blick auf die Situation der Geiseln, aber auch inwieweit wir die Hamas zerstören können und natürlich wie sich die Hezbollah noch bewegen wird in kommender Zeit und darüber hinaus das Mullah-Regime im Iran. Da kommen wir noch dazu. Aber generell sollte die Hamas so weit unter Kontrolle gebracht werden oder vernichtet werden. Was ist das Szenario dann wirklich danach? Wer soll die Kontrolle in Gaza übernehmen? Gibt es da irgendwelche Planspiele, dass man sagt, die Israelis übernehmen das oder die arabische Staatengemeinschaft? Gibt es da irgendeine Lösung, die jetzt schon diskutiert wird in Israel? Es wird sehr viel diskutiert, aber das ist nicht das Level des Militärs. In der Regel ist das Staatslevel. Und wünschenswert wäre natürlich, dass zum einen die Hamas komplett in die Knie gezwungen wird und etwas anderes dort regieren wird. Die Frage ist, was ist etwas anderes? Weil man keine normale Opposition hat in den Palästinensergebieten, die wirklich das Rückgrat der Gesellschaft auch hat. Und so stehen wir einem Problem gegenüber, wo eine der Lösung der letzten Zeit natürlich ist, dass man eine Art arabische Koalition eventuell hat. Arabisch pragmatische Staaten, die ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, eventuell auch Sicherheitskräfte entsenden. Das wäre keine schlechte Sache. Das wären dann arabischsprachige muslimische Soldaten, die eventuell im Gazastreifen für Ordnung sorgen könnten, für einen gewissen Zeitraum. Das könnte ein bisschen erinnern an 1945 Post-Weltwahrer, Zweite Weltkriegzeit mit den Alliierten. Bin aber nicht sicher, inwieweit sich das machen lässt, weil ich nicht wirklich sicher bin, inwieweit die arabischen Staaten da wirklich mitmachen wollen. Das heißt, eine Lösung wäre, dass arabische Staaten für die Sicherheit sorgen. Kann auch sein, dass Israel drinnen bleibt und dort für Sicherheit sorgt, für nächste Zeit, für ein paar Monate oder Jahre. Die Erfahrung aus der Vergangenheit sagt, dass das im Endeffekt kein 100% positives Ding ist. Also es ist vielleicht für einen gewissen Zeitraum machbar, um dort für die jetzige Kurzzeitsicherheit zu sorgen, um nach wie vor sich darum zu kümmern, dass die Hamas nicht wieder den Kopf hebt. Aber Langzeit ist das keine Lösung. Jetzt sind ja noch immer über 100 Geiseln gefangen im Gazastreifen, darunter sehr viele Frauen und auch kleine Kinder. Weiß man, ob diese Geiseln überhaupt noch am Leben sind? Ist man in irgendeiner Weise in Kontakt? Gibt es Beweise dafür? Oder hat man da völlig im Dunklen? Also zum Ersten, das International Rote Kreuz hat keine Sekunde Zutritt bekommen zu den Geiseln und das seit mittlerweile über 180 Tagen. Ich glaube, es gab keinen Konflikt in der Geschichte der Menschheit, seit es das International Rote Kreuz gibt, wo sie nicht die Chance bekommen haben, kurz sich zu vergewissern, ob die Geiseln Medizin bekommen, Wasser, Nahrung, also wirklich das Allermindeste. Auf israelischer Seite gibt es natürlich bestimmte Einheiten, die vertraut sind mit der Situation der Geiseln. Das ist ein kleiner, interner Kern. Ich bin nicht Teil von diesem Kern. Und das ist auch gut so, weil man natürlich da das Know-how nicht gefährden will, um eventuell, wenn man eine Geiselbefreiungsaktion vornimmt, damit man dann nicht zu viele Menschen hat, die davon wissen. Das kann dann natürlich über die verschiedensten Wege irgendwie rauskommen und das könnte natürlich auch bestimmte Dinge in Gefahr bringen. Aber die Hamas muss ja das in irgendeiner Weise auch beweisen können. Die gehen in Verhandlungen über Mittelsmänner in Katar oder in Ägypten. Die müssen ja Beweise vorlegen, dass die Menschen noch im Leben sind, ne? Ich weiß nicht, ob sie müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand die Hamas zu irgendetwas zwingt. Wir reden hier über eine radikal-islamistische Terrororganisation, die zu nichts gezwungen wird, wo kein Druck auf sie lastet oder kaum Druck auf sie lastet. Es reicht, wenn man guckt, wie auch westliche Partner Israels derzeit, ich sage jetzt mal, von wem sie fordern, es ist in der Regel von Israel. Und somit bin ich mir nicht sicher, ob die Hamas irgendetwas muss. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, Netanyahu hat die Bevölkerung auf einen sehr langen Krieg eingestimmt. Die Frage eins, wird das mehrheitlich in Israel noch mitgetragen? Und die zweite Frage dazu, viele Kritiker auch in Israel sagen, dass dieser Geisel-Austausch bis jetzt nicht stattgefunden hat und stellen auch die Kriegsführung in Frage. Wie antworten Sie wieder? Naja, also erstmal, es ist kein wirklicher Geisel-Austausch, sondern es ist ein Geisel für palästinensische Terroristen, Gefangene und Feuerpause-Austausch. Das sind zwei komplett andere Dinge, die da füreinander ausgetauscht werden. Und es hat einmal geklappt, Ende November, knapp eine Woche, bis die Hamas sich wieder entschieden hat, ein wiederholtes Mal eine Feuerpause zu brechen. Hat am 1. Dezember wieder morgens auf Israel geschossen und die restlichen Frauen nicht rausgelassen. Das war ja der erste Deal. Und in dem Sinne, es hat einmal geklappt, dieses eine Mal hat es Ende November geklappt, weil, so kann man davon ausgehen, die Hamas-Führung unter Druck geraten ist, durch die Wucht des Eintritts der israelischen Armee. Zwar ruhig und besonnen und sehr präzise, aber schon sehr, sehr nadelstichartig vorgegangen, wo die Hamas-Führung wahrscheinlich ein Stück weit Luft zum Atmen gebraucht hat und um sich selber und die Geisel nochmal weiter zu verschleppen innerhalb des Gazastreifens. Geiseln, die Ende November befreit wurden bzw. freigelassen wurden, haben erzählt, dass sie innerhalb von 50 Tagen 13 Mal von A nach B, von B nach C, von C nach D verschleppt wurden innerhalb des Gazastreifens. Von Haus zu Haus, von Haus zu Wohnung, von Wohnung zu Tunnel, von Tunnel zu Tunnel. Und so sieht man, so operieren sie. Es dreht sich alles in der Hamas-Führung um Terrorinfrastruktur und wie man sich selbst und die Geiseln bewegt. Und die palästinensische Bevölkerung wird mehr oder weniger als Schutzschild und sich selbst überlassen. Jetzt fragen aber trotzdem Laien, wenn man da draußen ist auf der Straße fragt, die sagen, wie kann eine dermaßen hochgerüstete Armee wie die israelische Armee, eine ist einer der besten der Welt, wie man sagt, warum geht das nicht schneller, dass man die Hamas besiegen kann und warum haben wir nicht wirklich genug Informationen, dass man die Geiseln befreien kann? Also wir hätten schneller sein können, aber schnell heißt in so einem Fall, in so einem wirklich mega asymmetrischen Krieg, der an mehr, also mehr Asymmetrie geht nicht, weil keine andere Terrororganisation auf der Welt sich in einem dichten Ort so intensiv unter- und oberirdisch positioniert hat, mehr oder weniger alles infiltriert hat, alles für seine Zwecke missbraucht. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, alles was mit Unrat zu tun hat natürlich, Moscheen. In allen dieser zivilen Infrastrukturen gibt es entweder Waffendepots oder Raketenabschussrampen oder Terrorbeobachtungsstützpunkte oder irgendwelche Raketenteile, die in Kinderbetten positioniert sind und so weiter und so fort. Und es gibt keine andere Terrororganisation, die das so breit an einem Ort gemacht hat. Weder der IS noch Al-Qaida oder die Hisbollah im Libanon. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig im Anbetracht der Situation, dass sehr viele Zivilisten in diesem Raum nun mal leben, dass wenn man schnell ist, man mehr Menschenleben, auch zivile Menschenleben, Unschuldige mit in den Tod zieht. Wenn man langsam und präzise ist, braucht es länger Zeit. Jedoch kann man wirklich auf die Momente warten, wo man eventuell Terroristen alleine erwischen kann. Und das dauert nun mal. Jetzt stellt sich aber im Umkehrschluss die Frage, lässt sich die Hamas überhaupt in der Art besiegen? Geht das überhaupt? Die Frage ist, was heißt auch Sieg über eine Terrororganisation? Also sie kapitulieren. Sie werden wahrscheinlich nicht kapitulieren. Das ist eine unserer Forderungen. Sie sollen die Geiseln rauslassen, sie sollen kapitulieren, fertig. Danach hätten wir Ruhe. Das wäre auch, ich denke, das Richtige für die palästinensische Bevölkerung, für ihre Bevölkerung. Doch sie tun es nicht. Sie werden nicht kapitulieren. Sie werden bis auf den letzten Terroristen kämpfen. Und es ist Teil ihres raison d'être. Am Ende sind das Dschihadisten. Sie wollen den Tod auf ihre Weise. Sie wollen auch Teil ihrer Familie und ihrer Kinder in den Tod. Das ist für sie eigentlich auch irgendwo ehrenhaft, kann man sagen. Also es ist wie Tag und Nacht, wie Schwarz und Weiß, wer sich hier wegen gegenübersteht. Ein Sieg über die Hamas ist möglich, indem man einen Großteil ihrer Terrorinfrastruktur eliminiert und auch die Terrorköpfe findet. Ob man sie festnimmt oder eliminiert, ist eine andere Sache. Aber viele der Terrorköpfe sind ja nicht im Gazastreifen oder auch nicht im Westjörnerland, sitzen in Katar. Wir können sie überall erwischen. Wir können sie überall erwischen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nummer 4 und Nummer 3 sind schon erwischt. Die Frage ist, wann kommen Nummer 2 und 1 ran, die innerhalb des Gazastreifens sind und natürlich dann auch noch international. Hinzu kommt natürlich die Frage, ob man eine Ideologie zerstören kann, beziehungsweise besiegen kann. Im Gespräch mit dem Sohn eines der Hamas-Gründer, Mossab Yussef, den man kennt, der grüne Prinz. Genau. Ihn hatte ich gefragt, er war in Israel vor einigen Monaten und ich habe ihn gefragt, kann man die Hamas ideologisch besiegen? Er meinte, ja. Indem man sie besiegt. Indem man ihre Terrorköpfe erwischt, festnimmt oder eliminiert, weil das ein ganz, ganz klares Zeichen ist an die Zuschauertribüne, die Region, die muslimische Region, die Terrorregion, um zu verstehen, Hamas hat verloren. Und wer verliert, verliert etwas an Aura. Aber da müsste man auch die Hamas aus den Köpfen der Menschen in Palästina rausbringen. Was gibt es da für Überlegungen von Seiten Israel, wie man das machen kann, wie man die Bevölkerung dazu bringt, dass sie von dieser Ideologie abgehen oder abweichen? Ein Großteil der Palästina... Kann das Israel oder muss das eine internationale Staatengemeinschaft haben? Wir haben in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg die Entnazifizierung gehabt, da hat es Programme gegeben. Ist sowas vorstellbar auch in Israel? Die Entnazifizierung nach 1945 hat natürlich Erfolg gehabt. Es ist ein weiter Vergleich, aber... Es ist ein weiter Vergleich, aber es ist sinnvoll, weil bestimmte Dinge lassen sich vergleichen. Im Endeffekt haben die Alliierten dort damals Deutschland besetzt. Haben dort über Jahrzehnte vor Ort. Und es gab dann auch in Deutschland natürlich eine Art Switch. Der kam mit der Zeit. Viele Nazis haben natürlich überlebt. Sie waren aber nicht mehr in der Position. Hitler war weg. Himmler war weg. Heidrich war weg. Göring war weg. Und jetzt ist die Frage, ob es Sinwar weg sein wird und Mohammed Def weg sein wird und vielleicht andere weg sein werden. Und wenn sie weg sind, dann wird das eventuell Zeichen setzen. Jetzt, gerade während wir sprechen, ist ein Großteil der Palästinenser, sowohl im Judea, Samaria, Westbank, als auch in Gazastreifen, als auch in der westlichen Welt, steht hinter der Hamas. Und das ist bedauerlich, weil die Hamas eigentlich nichts Positives für die eigenen Leute macht. All diese Situation, dieses Leid der Menschen eigentlich im Gazastreifen, ich gehe davon aus, dass nicht jeder das will, aber dieses Leid der Menschen seit ungefähr einem halben Jahr wird über ihre eigene Führung über sie hereingebracht. Israel gerät trotzdem relativ unter Druck derzeit. Viele internationale, die Staatengemeinde fordert einen Waffenstillstand, unter anderem die USA. Joe Biden hat es gedroht, die Militärhilfe einzustellen. Auch Donald Trump sagt, dass Israel jetzt aufpassen muss, dass man die Sympathie in Amerika nicht verliert. Lässt sich Israel durch diese Drohungen beeindrucken oder geht das in ein Ohr rein und anderen raus? Wir sind keine Weltmacht, wir sind nicht Amerika, wir sind auch nicht NATO oder die Europäische Union. Wir sind kein Bündnis, sondern im Endeffekt ein kleiner Staat, umzingelt von sehr, sehr vielen Feinden und wir brauchen unsere Freunde an unserer Seite. Und Amerika ist nun mal unser größter strategischer Partner. Militär zu Militär ist einwandfrei. Wir sprechen eine Sprache, also größtes Verständnis und größter Respekt gegenseitig. In der Politik gibt es hier und da gewisse Dinge, wo wir natürlich ein Stück weit unter Druck gesetzt werden, weil nach einem halben Jahr kann man verstehen, man auch irgendwann mal irgendwie Resultate möchte. Und diese Resultate, die man sich erwünscht hat, früher sind nun mal noch nicht gekommen. Das ist bedauerlich, auch für mich persönlich. 134 Geiseln, die nach wie vor nicht draußen sind. Jeder Tag, der vergeht, ist ein schmerzhafter Tag. Aber trotzdem ist der Fokus auf die Zivilbevölkerung in Gaza weltweit. Also es gibt kein anderes Thema. Israel öffnet jetzt einen Grenzübergang für Hilfslieferung. Kommt das nicht zu spät? Hätte man nicht proaktiv früher agieren müssen, um zu zeigen, dass man sehr wohl die Zivilbevölkerung schützen möchte? Naja, also wir haben von Anfang an klargemacht, dass wir Terroristen und Zivilisten nicht über einen Kamm scheren. Also wir haben viele Millionen Warnungen aus der Luft auf Arabisch rausgeschickt, Flyer, wir haben Anrufe betätigt, SMS verschickt, Prerecorded Calls sogar verschickt, viele, viele Millionen davon, um die Menschen zu warnen, wenn wir irgendwo angreifen, dass sie sich aus diesem Ort bitte wegbewegen sollen. Ich kenne keine andere Armee auf der Welt, die das in diesem Ausmaß gemacht hat. Bestes Beispiel ist genau dieses Schiefer Krankenhaus in Gaza City. Drei, vier Tage bevor wir dort überhaupt einen Fuß reingesetzt haben, haben wir die Menschen schon gewarnt, dass wir kommen werden. Drei, vier Tage später hatten wir sogar Notausgänge. Wir hatten Safe Zones, wo die Zivilisten und Patienten von dort weggehen könnten. Wer ist mitgegangen? Alle Terroristen. Vier Monate später sind alle Terroristen wieder zurückgekommen. Und dann haben wir einen Angriff gestartet, einen Zugriff in den letzten Wochen, wo wir ca. 1000 Terroristen entweder eliminiert oder festgenommen haben. Teilweise hochrangige Terroristen, die zurückgekommen sind ins Schiefer Krankenhaus, weil sie dachten, die Luft wäre rein. Diesmal haben wir nicht gewarnt, sondern haben den Zugriff gestartet, ohne zu sagen, dass wir kommen. Im Endeffekt ist das die Situation, in der wir uns befinden. Es ist ein erwürgt lange. Aber wenn wir ihn vergleichen mit anderen Operationen oder Kriegen auf der Welt, die ähnlich sind, zum Beispiel den Krieg gegen den IS in Mosul. Der irakischen Armee unterstützt Luftunterstützung der Amerikaner, hat fast ein Jahr gedauert. Nur Mosul. Fast ein Jahr. Wir sind gerade bei sechs Monate und die Welt ist ungeduldig. Jetzt droht ja eine noch größere Gefahr aus dem Norden, respektive Iran. Ich habe jetzt die letzten Tage die Social-Media-Kanäle durchforstet. Israel schon viele glauben oder vermuten, dass es zu einem Angriff oder zu einem größeren Angriff im Norden kommt. Ist die israelische Armee überhaupt in der Lage, diesen zwei- oder drei-Frontenkrieg dann führen zu können? Wir führen diesen zwei-, drei-, fünf-Frontenkrieg seit 7. Oktober schon. Wir wurden gleichzeitig und parallel aus dem Gaza-Streifen angegriffen und gleichzeitig mehr oder weniger dann auch schon aus dem Libanon. Die ersten Raketen ab dem 7. und 8. spätestens aus Syrien, aus Jemen. Jemen hat Israel auch Krieg erklärt. Aus Irak gab es schon sporadische Angriffe und natürlich jeden Tag die Drohkulisse vom Mullah-Regime aus Teheran. Wie ernst muss man das nehmen, diese Drohkulisse aus dem Irak? Wir nehmen das sehr ernst, natürlich, weil der Kopf der Schlange sitzt in Teheran. Teheran steckt hinter diesen Terrormilizen. All die schiitischen Terrormilizen sowieso, teilweise die sunnitischen Terrormilizen auch. Einige dieser Terrormilizen sind Kanonpulver für sie, wie Hamas, islamischer Dschihad oder Al-Qaida auch teilweise. Aber die schiitischen Terrormilizen, wie die Hisbollah ganz vorne dran oder die Hasht al-Shabi im Irak, das ist Familie, kann man fast schon sagen. Weil es Schiiten sind, das ist nochmal ein anderes Level. Wir nehmen das sehr ernst und sind auf jede Entwicklung vorbereitet. Jetzt weiß man, was der Iran macht im Nahen Osten und wie er agiert und mit welchen Zellen er arbeitet, vom Jemen angefangen bis zum Libanon. Tut da die internationale Staatengemeinschaft viel zu wenig? Ja, absolut. Die Weltgemeinschaft. Ich meine, was ist auch die Staatengemeinschaft? Ich meine, die Amerikaner sind nicht die Russen, die Russen sind nicht die Chinesen. Sag jetzt mal der Westen. Der Westen ist sich teilweise bequem, nimmt den Iran vielleicht nicht als direkte Bedrohung wahr, wie man die Russen eventuell wahrnimmt. Eventuell die Chinesen auf andere Weise wirken. Für manche im Westen wirkt der Iran eventuell als etwas Lokales, etwas Regionales, ist es aber nicht. Weil der Iran da ganz, ganz eng mit anderen größeren Staaten in der Region natürlich gemeinsame Sache macht. Und im Endeffekt der Hauptpunkt oder der Hauptverursacher der Instabilität im gesamten Nahen Osten eigentlich ist, weil er seine Flossen in allen Ländern zwischen Iran und Israel und darüber hinaus im Spiel hat. Kurz zum Wechsel. Was hat der 7. Oktober eigentlich mit der Gesellschaft in Israel gemacht? Die war ja schon vorher sehr gespalten durch die Justizreform. Es war ein Bruch oder ein Riss durch die Gesellschaft zu bemerken. Wie erleben Sie das? Sie leben ja dort. Also wie agiert die Gesellschaft sechs Monate nach diesem furchtbaren Terrorangriff und jetzt sechs Monate nach dem Krieg? Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es den Leuten? Wie agieren gewisse Intellektuelle? Also wie ist das Gesamtbild? Wie kann man das erklären? Wir sind eine Gesellschaft und ein Staat hoch traumatisiert. Wir befinden uns nach wie vor, obwohl ein halbes Jahr nach dem 7. Oktober, nach wie vor am 7. Oktober. Das heißt auch heute, während wir sprechen, ist für uns der 7. Oktober. Solange die Geiseln nicht zurück sind, ist für uns alle der 7. Oktober. Und das wird auch so bleiben. Und hinzu kommt natürlich, dass wir am 7. Oktober auf so brutale Weise angegriffen wurden und massakriert wurden, wie es das letzte Mal nur zur Zeit des Holocaust geschehen ist. Dass ein derartiges Massaker, ein derartiger Mini-Völkermord von einem Tag gerade in Israel stattfinden kann, das ist ja als unsere Heimstätte, das ist eigentlich der Ort, an dem wir uns am sichersten fühlen sollten auf der Welt. Und das Traum ist auch, dass man sich in dem Land, das eigentlich für Sicherheit für Juden sorgen soll, nicht mehr sicher fühlt. Das hat eine tiefe Wunde hinterlassen bei vielen, weil im Endeffekt die israelische Armee und die israelischen Sicherheitsdienste sind unsere Existenz, wie soll man sagen, Garantoren. Und wenn da irgendwie es zu 100 Prozent nicht mehr an Sicherheit garantiert ist, dann wirkt es düster. Jetzt langsam hat sich die israelische Gesellschaft eine Art Parallelwelt aufgebaut, einerseits im Kummer und im Trauma, gleichzeitig jedoch Alltag. Dieser Alltag ist nicht der Alltag wie vor dem 7. Oktober, aber es herrscht ein gewisser Alltag, auch für mich persönlich. Man geht wieder essen, man kann wieder Musik anmachen, man trifft auch mal Familie, man hat Familienfeiern. All das, was in den ersten zwei, drei Monaten komplett nicht war, fängt jetzt langsam wieder an. Aber wir vergessen natürlich nicht diese parallele Welt der Geiseln, des Krieges und des Terrors um uns herum, der für viele Israelis seit dem 7. Oktober ist vielen klar geworden, die vor dem 7. Oktober eventuell gedacht haben, naja, keine existenzielle Bedrohung um uns herum. Plötzlich hat man im Gefühl, dass die existenzielle Bedrohung nicht nur aus dem Iran kommt, sondern sogar von Terrororganisationen direkt an unserer Grenze. Jetzt spricht die ganze Welt über Gaza und über die Opfer und über die Zivilbevölkerung. Jetzt ist es ja so, dass innerhalb von Israel zigtausende Menschen Binnenflüchtlinge sind, dass man im Norden zum Teil nicht in die Dörfer zurück kann, weil täglich Angriffe sind. Es gibt täglich Angriffe auch im Süden. Hat Israel diesen Infokrieg verloren, dass man den Fokus nicht auf Israel und sagt, wir sind eigentlich die, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Ist das passiert in den letzten Wochen und Monaten? Es war eine Frage der Zeit, bis das passieren wird. Uns war es klar. Aber was hat man falsch gemacht? Wir haben nichts falsch gemacht. Einfach allen war klar, viele hochrangige Politiker auf der Welt haben wir das auch direkt zwei Wochen nach dem 7. Oktober schon ins Ohr geflüstert und haben gesagt, Arie, ich hoffe, dir ist klar, dass das Blatt wird kippen, die Solidarität wird abnehmen, je länger sich das in die Länge ziehen wird, weil natürlich auf der Gegenseite die Propagandakanäle, allen voran Al Jazeera zum Beispiel und auch andere, auch im Westen leider, da ganz, ganz aktiv involviert sind und somit diese Täter-Opfer-Umkehr und Ursache-Wirkung-Umkehr tagtäglich in Frage gestellt wird beziehungsweise betrieben wird. Wenn man heute das Netz aufmacht im Internet, gibt es keine Bilder von Ermordeten und sonst was in Israel. Wir setzen in die Welt keine gruseligen Bilder raus. Aus den anderen Orten kommt jeden Tag genau, ob das jetzt Bilder sind, die Pallywood sind, gespielt sind, das gibt es auch genug, oder ehrliche Bilder sind, wo dann natürlich nicht erzählt wird, dass die Ursache von dem Leid dann die eigene Führung ist, sondern alles immer gerne auf Israel und die Juden abgewälzt wird. Aber davon gibt es natürlich massenweise und viele Menschen im Westen spielen dieses Spiel leider mit. Der Economist hatte vor kurzem ein Cover mit einer israelischen Flacke in der Wüste und da ist drunter gestanden Israel alleine. Fühlen Sie sich alleine mittlerweile? Nein, ich persönlich fühle mich nicht alleine und das kommt daher, weil ich sehr viele Freunde und Freundinnen habe, überall auf der Welt, die mich jeden Tag persönlich unterstützen. Auch sehr viele in hohen Positionen, sehr viele in der Politik, in Medien, in der Akademie, Christen, Juden, auch Muslime, Kurden, Iraner, alles mit dabei, die mir Hoffnung geben, die mir zeigen, dass nicht jeder das so sieht, wie manchmal man den Anschein gewinnt, weil Schreihälse nun mal lauter sind. Aber Schreihälse, die lauter sind, sind nicht unbedingt das Zentrum der Gesellschaft, sind auch nicht unbedingt die, die entscheiden. Aber trotzdem ist die Diskussion im Westen, wenn man sich das anhört auf Unis, unter Linken etc., ist Israel im Prinzip mittlerweile der Täter und nicht das Opfer. Fühlt man sich da nicht ungerecht behandelt? Ist das nicht auch eine Wunde, die neu aufklafft und man sagt, okay, wir sind angegriffen worden und nicht umgekehrt? Eine Lektion aus dem Holocaust damals war, im Ernstfall, wenn es wirklich um die Wurst geht, beziehungsweise in unserem Fall um die Existenz, können wir niemandem vertrauen. Seit dem 7. Oktober nehmen wir genau das wahr. Das heißt, das Economist-Cover hat dann doch seine Berechtigung? Wir sind nicht alleine, aber man hat das Gefühl, dass man von gewissen Freunden im Stich gelassen wird oder wurde, die wahrscheinlich diese Realität, wie wir sie wahrnehmen, anders wahrnehmen. Warum sie sie anders wahrnehmen, ist, manchmal ist es politischer interner Druck, manchmal ist das ein gewisser bequemer Abstand, wo man dann irgendwie nur Zahlen vergleicht oder irgendwie sagt, ja, der 7. Oktober war schrecklich. Aber, und nach dem aber dann natürlich Israel dann als derjenige wahrgenommen wird, der angreift, nicht mehr sich verteidigt und der Angriff Israels im Gazastreifen dient ja der Verteidigung. Und das wird manchmal falsch interpretiert. Leider auch in großen Zeitungen. Wenn die Zeit oder der Spiegel schreiben von Israels Vernichtungsfeldzug, dann fragt man sich, was genau geht in den Köpfen dieser Menschen vor. Aber verstehen Sie die Kritik, die zum Teil im Westen passiert? Weil wenn man Menschen fragt, sagen die 30.000 vielleicht Opfer, man kennt die genauen Zahlen nicht, weil es keine wirklich offiziellen Zahlen gibt. Und der Vorbild ist dann immer in Israel, man zeigt zu wenig Empathie. Zeigt man zu wenig Empathie für die zivile Bevölkerung? Wie wird das in Israel selber diskutiert? Wir trauern um unsere eigenen Leute. Wir haben in Israel viele tausend Menschen entweder verloren, die ermordet wurden auf gruseligste Weise, die entweder entführt wurden und vergewaltigt wurden oder nach wie vor entführt sind. Und wer weiß, ob sie Brot bekommen und das seit über 180 Tagen. Und wir sprechen mittlerweile über 10.000 verletzte Israelis. Viele dieser Israelis haben mal einen Arm nicht mehr dran oder ein Bein nicht mehr dran oder ein Auge weg. Aber diese Erzählung wird nicht kommuniziert, die Sie jetzt machen. Das ist unsere Realität in Israel. Da ist der Fokus des Israelis drauf. Auf das Leid der eigenen Bevölkerung. Wir hatten zeitweise eine Viertelmillion Binnenflüchtlinge in Israel. Israelis, die weder im Süden des Landes noch im Norden des Landes leben konnten. Das hat viele auf der Welt nicht interessiert. Das ist ein Trauerspiel, aber es ist, wie es ist. Der Fokus liegt auf dem Gazastreifen. Das hat natürlich auch mit Antisemitismus zu tun. Muss man sich nichts vormachen. Diese Täter-Opfer-Umkehr spielt natürlich sehr vielen Antisemiten in die Hände. Hinzu kommt, wenn man mit allen möglichen Zahlen um sich schmeißt, die vom Gesundheitsministerium der Hamas-Terrororganisation verbreitet werden, dann spielt man das Spiel der Terroristen mit. Jetzt gibt es eine Welle des Antisemitismus seit dem 7. Oktober. Also mehr denn je überraschenderweise oder wenig überraschenderweise. Sehr viel in der linken Szene in Europa und in Amerika, auch in der Kunstszene auf Universitäten. Haben Sie damit gerechnet, dass das so aufpoppt in der Art und Weise? Ja. Oder ist das überraschend für Sie? Ein ganz, ganz klares Ja. Weil ich, erstens, ich bin in den 90ern in Berlin aufgewachsen, habe eine Autobiografie über Antisemitismus schon in den 90er Jahren geschrieben. Damals wollte mir keiner zuhören. Meine Autobiografie wurde verfilmt, hat auch niemanden interessiert. Ich habe ein Buch geschrieben, 2018, der Neudeutsche Antisemit, wo ich über all diese antisemitischen Ausrichtungen in der deutschsprachigen Gesellschaft gesprochen habe. Von rechts zu links, Mitte der Gesellschaft, Medien, Muslime, Migranten, sogar Juden, die Israel so kritisieren, dass sie Antisemiten im Endeffekt als Alibi-Juden dienen. All das gibt es. Das habe ich auch geschrieben und gesagt. Auch das hat niemanden wirklich gejuckt oder kaum jemanden. Das heißt, ich bin von nichts überrascht. Aber das bin ich. Viele Menschen sind überrascht. Das sind all die Menschen. Und diese extreme Form, wie es jetzt in Amerika auf den Universitäten, wo es nur mehr schwarz-weiß gibt. Haben Sie da wirklich damit gerechnet? Amerika ist normal Amerika. Das ist nicht wirklich mein Feld, was meine Expertise ist. Also ich kenne mich in Europa besser aus. Ich bin so der Europamann. Und in Europa kenne ich es natürlich wie meine eigene Hosentasche. Ich weiß genau, wie die Straße tickt. Ich weiß, wie das Internet tickt. Ich weiß, wie der Schulhof tickt. Und das kommt, weil ich auch tausende Vorträge an allen möglichen Schulen gehalten habe. Und dort natürlich, ich sage jetzt mal, die Atmosphäre gerochen habe. Und das über viele Jahre hinweg. Überrascht bin ich nicht. Amerika ist nochmal eine andere Sache. Europa in der Hinsicht ist in einer neuen Ära, wo die Schreihälse, von denen man auch an Universitäten mitbekommt, sie bestimmen nicht unbedingt in der Politik, aber sie versetzen Politiker unter Druck. Das stimmt. Hat man das übersehen? In den letzten Jahren? Hätte man da mehr dagegen machen müssen? Oder tun? Wer muss denn was machen? Politik zum Beispiel. Also es gibt in Österreich, versucht man zumindest ansatzweise gegen Antisemitismus, was die Politik betrifft, aufzutreten. Also da gibt es einige Initiativen, die sicher positiv zu bewerten sind. Aber ist das nicht zu wenig? In Österreich? Ja. Also wenn wir aus Amerika wieder zurück nach Österreich kommen, wo ich mich auch ein Stück weit besser auskenne natürlich, auch viele Freunde hier in der Politik und in den Medien habe. schau, also ein aktuelles Thema ist zum Beispiel der Schlachtruf From the river to the sea, Palestine will be free. Das ist ein Aufruf zum Völkermord an den Juden. Das heißt mehr oder weniger, man will, man schreit, dass man eine Einstaatenlösung will ohne Juden dort. Und eventuell auch ohne Christen. Und das muss verboten werden. Also da könnte auch Österreich und auch Deutschland und auch viele andere Länder... Also da ist die Politik zu lasch, Melanie. Klare Zeichen sind in schwierigen Zeiten erforderlich. Wenn keine klaren Zeichen gesetzt werden und Zeichen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, dann ist das Wischiwaschi. Und dann sind wir morgen genau da, wo wir gestern waren. Und morgen sind wir wieder beim 7. Oktober. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Juden, wenn die sich auf der Straße erkennbar zeigen, dass sie angegriffen werden oder Schlimmeres. Wie erleben Sie selbst diesen Antisemitismus, eigene Person? Ich werde jeden Tag hundertfach bedroht. Ich werde beleidigt. Meine Familie wird bedroht beleidigt. Ich muss seit dem 7. Oktober, wenn ich ins Ausland reise, auch mir dreimal überlegen, wo ich hinreise, wie ich da hinreise, wie ich mich bewege, mit wem ich mich treffe, wo ich essen gehe. All diese Dinge habe ich vor dem 7. Oktober nicht so machen müssen. Das heißt, auch mein persönliches Leben hat sich natürlich ein Stück weit verändert. Das ist ärgerlich, doch es sind historische Zeiten. Und ich bin stolz, in diesen historischen Zeiten meinen kleinen Beitrag geleistet zu haben für die Sicherheit des Staates Israels, für das jüdische Volk und auch für Brückenbau. Weil das, was ich mache, im Endeffekt ist auch irgendwo Aufklärungsarbeit, um Brücken zu bauen, zu Menschen, die noch klar im Kopf sind. Das heißt aber auch, es ist für Juden in Europa und den USA gefährlicher geworden. Das absolut, ja. Letzte Frage. Wenn Sie eine Prognose wagen, wie wird Israel in fünf Jahren ausschaut? Oder wie könnte Ihr Israel in fünf Jahren, dass Sie sich vorstellen, was wäre Ihre Vision? Das ist eine gute Frage. So wie ich Israel kenne, eine Kämpfer-Natur, weil der Holocaust uns alle irgendwo zu Kämpfern gemacht hat. Und jetzt der 7. Oktober nochmal alle wachgerüttelt hat, für die der Holocaust sehr weit in die Ferne gerückt ist. Man könnte sagen, der 7. Oktober ist eine Art neuer Holocaust, hat die neue Generation wieder in einer Art Post-45-Realität, wo man wirklich um die Existenz kämpft. Und wenn man in so eine Situation gerät, dann hoffentlich, wird man in den nächsten Jahren hoffentlich alles daran setzen können, um sich zu verteidigen erstmal gegen diese hasserwüllten Terrormilizen, die in erster Linie durch das iranische Mullah-Regime angestiftet werden. Und zum Zweiten natürlich, dass wir Israel noch stärker, noch schöner und noch besser aufbauen. Weil das ist das einzige richtige Zeichen der genau diesen Terroristen gegenüber, die uns den Tod wünschen, die uns ins Meer jagen wollen. Aber gibt es auch einen versöhnlichen Ausblick, dass man sagt, vielleicht gelingt eine vernünftige Basis mit Palästinensern zusammenzuarbeiten? Ich habe vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Shalom Habibi. Untertitel Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden. Warum? Weil die Abraham-Abkommen gezeigt haben, es ist möglich. Man kann zwischen Juden und Arabern, Juden und Muslimen überhaupt kein Problem. Man kann Frieden, wenn man möchte. Wenn man gemeinsame auch Nenner sieht, wenn man gemeinsam Interessen. Mit den Palästinensern wirkt es leider, und dieser Satz, from the river to the sea, bringt es auf einen Punkt. Aus der palästinensischen Sicht, und das heißt 1947, will man nicht Seite an Seite, größtenteils. Sondern es ist eine Art Null-Summen-Spiel, eine Zero-Sum-Game. Für viele von ihnen ist es entweder sie oder wir. Für viele von uns Israelis ist es sowohl wir als auch sie. Und das sehen wir auch, wenn man in Israel, in die israelische Gesellschaft sieht, 20 Prozent sind Araber in Israel, die teilweise in der Politik, im Journalismus, Krankenhaus-Abteilungsleiter sind, bekannte Journalisten sind. Es funktioniert. Wenn man aber nach Gaza guckt, oder nach Jenin, oder nach Nablus, leben dort genau null Juden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke.